Die Amerikaner haben plötzlich Lust auf Frieden, sondern weil sie sehen, dass sie mittlerweile alle Fälle davon schwimmen. Sie können halt nicht die Ukraine und Israel gleichzeitig unterstützen und Israel hat sogar laut offiziellen Aussagen von US-Beamten höhere Priorität als die Ukraine. Also warum haben die Amis die Friedensverhandlungen in der Ukraine so lange blockiert und sagen jetzt plötzlich auf einmal, dass man nur noch zwei bis drei Monate Zeit für diese Friedensverhandlungen hat? Tja, das kann ich euch ganz einfach sagen. Der US-Kongress hat ja vor kurzem weiteres Geld für die Ukraine verboten und demnach geht der Ukraine in zwei bis drei Monaten das Geld aus und dann können sie selbst die wenigen noch vorhandenen Soldaten nicht mehr bezahlen, dann wird wirklich alles zusammenbrechen. In Saudi-Arabien sind unter anderem Vertreter aus den USA, der EU, Brasilien, Indien und der Ukraine dabei, während Russland nicht eingeladen ist. Das russische Außenministerium spricht mit Blick auf die Gespräche in Saudi-Arabien wörtlich von Betrug. Die Ukraine hat auf einer Konferenz auf Malta für ihren Friedensplan geworben. Kern ist ein Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Eingeladen waren Teilnehmer aus 66 Staaten. Russland war nicht dabei. Ja, Dimitri Koleber hat gesagt, dass er sich eine Friedenskonferenz vielleicht im Februar vorstellen könnte unter der Ägide der Vereinten Nationen und auf die Nachfrage eines Journalisten, ob denn da auch Russland teilnehmen solle, hat er gesagt. Ja, aber nur, wenn es vorher ein Tribunal geben würde und sich die Verantwortlichen eben diesem Gericht dann stellen müssten und es müssten auch die Kriegsverbrechen aufgearbeitet werden. Das Ganze hat natürlich hier nur zu einem müden Lächeln geführt. Es gab dann auch eine Antwort vom stellvertretenden Leiter der russischen Delegation bei den Vereinten Nationen, Dimitri Polanski, und der hat gesagt, ja, man kann sich sicherlich nicht vorstellen, dass es eine Friedenskonferenz geben kann ohne Russland, aber man kann sich locker vorstellen, dass es eine Friedenskonferenz geben kann ohne die Ukraine. Und mit der natürlich mit dieser Suffisanz darauf angespielt hat, dass sowieso nicht die Ukraine entscheidet, wann dieser Krieg vorbei ist. Volodymyr Zelensky lehnt Friedensverhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin zum jetzigen Zeitpunkt ab. Das sagte der ukrainische Präsident während des Besuchs einer afrikanischen Friedensmission in der Hauptstadt Kiew. Ich habe den Eindruck, dass Putin ungeeignet ist, denn diese Person ist nicht bereit, Frieden zu sehen. Diese Person will das Land Ukraine auslöschen und vollständig zerstören. Wenn das die Absichten dieser Person sind, dann habe ich eine Menge Fragen, was Gespräche und was einen Dialog mit dieser Person angeht. Und dann hat sich auch noch Sergej Lavrov, der russische Außenminister, zu Wort gemeldet und hat gesagt, entweder die Ukrainer tun jetzt, was wir wollen, oder unsere Armee wird die ganze Geschichte, die ganze Angelegenheit in der Ukraine regeln. Der ehemalige russische Präsident in seiner doch immer wieder sehr markigen Art noch einen draufgesetzt und hat gesagt, eigentlich sei jetzt überhaupt keine Zeit für Friedensgespräche. Die Ukraine müsse erst einmal angekrochen kommen und Moskau um Verzeihung bitten. Also offenbar bereiten jetzt die großen amerikanischen Medien einen Abgesang auf die Ukraine vor und deswegen sollen die Ukrainer jetzt ganz schnell irgendwie Friedensverhandlungen führen, um noch so viel wie möglich zu retten. Und da fragt ihr natürlich, welche Eigengeständnisse sie machen müssen. Also auf jeden Fall werden die wichtigsten davon sein, sowohl die Krim als auch die anderen vier neuen eroberten Gebiete im Südosten der Ukraine werden bei Russland bleiben und außerdem wird die Ukraine niemals der NATO beitreten dürfen. Wenn es nämlich Friedensverhandlungen gibt, dann sind die Konditionen für die Ukraine deutlich schlechter als damals im März 2022, wo es ja die ersten Friedensverhandlungen gab, die aber von den Amerikanern und von den Briten blockiert werden. Damit fliegt jetzt erneut eine Kriegslüge der amerikanischen und europäischen Regierung auf. Ich meine, ihr erinnert euch ja sicherlich noch an die Worte vor allen Dingen auch der deutschen Regierung. Sie sagten, wir werden bis zum Ende an der Seite der Ukraine stehen und nur die Ukraine entscheidet, welchem Frieden sie zustimmt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass die Frage, was der Inhalt einer Verständigung zwischen der Ukraine und Russland ist, nicht von uns und von außen diktiert werden kann. Aber das ist doch offensichtlich. Russland kann nicht darauf setzen, dass es einen Diktatfrieden durchsetzen kann. Es kann nicht darauf setzen, dass einfach irgendwie die Linie, wo der Kriegsverlauf gegenwärtig ist, festgefroren wird. So, und Bundeskanzler Olaf Scholz, der will weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kontakt halten. Das sagte er auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Ich habe ja immer wieder mit dem russischen Präsidenten gesprochen, nicht nur vor dem Krieg, sondern auch seitdem der ausgebrochen ist, oft sehr lange. Und ich habe auch, wenn ich das jetzt länger nicht gemacht habe, vor, das einmal demnächst wieder zu tun. Aber klar muss in all diesen Gesprächen immer sein, dass es eine Voraussetzung gibt dafür, dass ein fairer Frieden zwischen der Ukraine und Russland verhandelt werden kann. Und der Rest dann mehr oder weniger annektiert werden kann. Sondern es geht nur, indem Russland versteht, dass es Truppen zurückziehen muss, dass wir tatsächlich eine Verständigung ermöglichen. Und das ist das, was ich immer wiederhole. Übrigens auch in den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit dem russischen Präsidenten führe. Denn wir sind ja sehr unterschiedlicher Meinung. Aber es müssen ja ein paar Leute mal kommen und ihm auch noch widersprechen. Das wird ja in seinem unmittelbaren Umfeld kaum passieren. Außenministerin Annalena Baerbock sieht derzeit keinen Sinn für Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Kreml-Chef Putin habe alles dafür getan, Friedensgespräche zu zerstören. Und jetzt zerstöre er seit sechs Monaten ein unschuldiges Land, sagte die grünen Politikerin Imz. Und es muss eine große Demilitarisierung stattfinden. Das waren dann die großen Forderungen von Russland. Und ohne diese Forderungen wird es keinen Frieden geben. Und deswegen wird sich die Ukraine darauf einlassen müssen. Es heißt, der ganze Westen bleibt auf all seinen Kosten sitzen und darf dann zusätzlich auch nochmal eine Billion Euro für den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen. Und nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa wird das massive Folgen haben. Es wird nämlich bedeuten, dass wir keinen einzigen Cent von unseren ganzen Hilfen wiederbekommen. Der Plan von den USA und von Europa war ja, dass wenn Russland besiegt wird, die dann ganz viele Milliarden an Wiedergutmachung bezahlen müssen, an Reparationszahlungen. Aber wenn Russland diesen Krieg nicht verliert, so wie es jetzt aussieht, dann müssen die auch nichts bezahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020